Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die letzte Landtagsdebatte zur Corona-Situation haben wir vor den Osterferien hier geführt. In den sechs Wochen seitdem sind allein in Hessen etwa 700 Menschen gestorben, die an COVID-19 erkrankt waren. Bundesweit starben seit Beginn der Pandemie über 80.000 Menschen, über 3 Millionen Menschen weltweit. Viele leiden an den Langzeitfolgen der Erkrankung, Stichwort Long-Covid. Unter den Beschränkungen und dem Lockdown leiden die Kinder und Jugendlichen ganz besonders. Viele Menschen sorgen sich um ihre Existenz und wissen nicht, wie sie ihre Miete, wie sie ihre Rechnung noch bezahlen sollen, weil sie zum Beispiel seit Monaten in Kurzarbeit sind, weil sie nicht arbeiten dürfen, zum Beispiel im Bereich der Kultur oder weil sie ihre Jobs verloren haben. Wir befinden uns mitten in der dritten Welle. Für viele Beschäftigte in den Krankenhäusern war die Belastung nach der zweiten aber gar nicht abgeebbt. Die Situation auf den Intensivstationen ist angespannt, vielerorts dramatisch. Die Beschäftigten in den Kliniken kämpfen seit über einem Jahr an der vordersten Front gegen das Virus und um das Leben ihrer Patientinnen und Patienten. Einzelne Intensivstationen sind so überlastet, dass Patientinnen und Patienten in anderer Bundesländer ausgeflogen werden müssen und Krankenhäuser sich bei Rettungsdiensten abmelden wegen Überlastung. Diesen Beschäftigten gilt unser Dank, unsere Solidarität und unsere Anerkennung. Und wir sollten Ihnen zuhören. Denn was sagen die Beschäftigten in den Krankenhäusern? Die Intensivpflegekraft Silvia Köppen zum Beispiel. Sie sagt, ich erlebe die dritte Welle extremer als die zweite. Seit gut einem Jahr leben wir jetzt mit der Belastung. Es fühlt sich an wie ein Endlosmarathon. Manchmal bitten mich Kollegen, eine Weile aus dem Covid-Bereich rauszukommen. Viele können nicht mehr. Viele wollen nicht mehr. Und trotzdem machen sie alle einen extrem guten Job. Tilman Werner, Oberarzt für Intensivmedizin. Ein Unterschied zur zweiten Welle ist die Dauerbelastung. Die Kolleginnen und Kollegen fühlen sich wie im Hamsterrad. Und wenn sie das Krankenhaus verlassen, finden sie sich in einer Pandemiesituation wieder, die keinen Ausgleich und keine Erholung bietet. Im Vergleich zur zweiten Welle bleiben die Patientinnen und Patienten inzwischen länger bei uns. Ich schätze, im Durchschnitt sind es drei bis vier Wochen. Und sie sind deutlich jünger als in der zweiten Welle. Stefan Kluge, Intensivmediziner. Wir haben kürzlich allein in einer Nacht fünf Anfragen von Krankenhäusern bekommen, die kein einziges Intensivbett mehr hatten. Wer da sagt, die Lage sei nicht ernst, der lebt an der Realität vorbei. Bei uns steigt die Zahl der Covid-19-Patienten nahezu täglich. Es ist die höchste Zahl seit Ausbruch der Pandemie. Und Yawzi Li, Fachärztin, sagt, Verglichen mit der ersten Welle hat sich die Situation immer weiter zugespitzt. Der Altersdurchschnitt sinkt. Zum Teil sind auch Eltern kleiner Kinder betroffen. Und anders als im Herbst werden die Patienten in einer Situation eingeliefert, in der Betten noch mit Kranken aus der zweiten Welle belegt sind. Sie treffen auf ein Gesundheitssystem, das bereits am Limit arbeitet. Für unser Team ist die Belastung daher seit Monaten gleichbleibend hoch, auch seelisch. Es gibt Momente, in denen Ärzte, Pfleger und Angehörige weinen. Und Karl Lehmann, Notfallsanitäter, sagt, Oft habe ich das Gefühl, die Politik lässt uns allein. Nur können wir nicht für bessere Arbeitsbedingungen protestieren. Wir müssen weitermachen. Meine Damen und Herren, angesichts dieser dramatischen Schilderungen, finde ich zum einen so deutlich, wie gefährlich diese Krankheit ist, wie schwierig die Situation ist. Aber ich frage mich auch, können wir diesen Menschen ernsthaft erklären, dass sie tagtäglich unter großem persönlichen Einsatz, unter größtem persönlichen Risiko um das Leben ihrer Patienten kämpfen, aber eine Testpflicht für Unternehmen unzumutbar sein soll? Können wir das diesen Menschen wirklich erklären? Ich meine nicht. Über die Situation in den Krankenhäusern, Herr Ministerpräsident, haben Sie heute nicht gesprochen. Aber ich frage Sie, wo bleibt denn die Entlastung? Wo bleiben denn die besseren Arbeitsbedingungen? Wo bleibt denn die bessere Entlohnung? Warum bezahlen wir die Menschen, die als Pflegekräfte auf den Intensivstationen in den Krankenhäusern diese wichtige Arbeit machen, nicht endlich vernünftig? Warum schützen wir sie nicht vor Altersarmut? Und warum schaffen wir nicht endlich diese verdammten Fallpauschalen ab, die dafür sorgen, dass das Gesundheitssystem völlig unterfinanziert ist? Diese Krise zeigt doch, wir brauchen ein öffentliches Gesundheitssystem, das gut finanziert ist, mit guten Arbeitsbedingungen, und kein Gesundheitssystem, das aus Kostengründen auf Kante genäht ist und auf dem Verschleiß der Beschäftigten basiert, meine Damen und Herren. Und monatelang wurde ja sogar noch argumentiert, dass auf den Intensivstationen ja noch Kapazitäten frei wären, dass ja die Zahl der Patientinnen und Patienten zurückgegangen ist. Was sagt man denn da mit den Beschäftigten, die immer noch um die Erkrankten aus der zweiten Welle gekämpft haben, um das Leben? In den letzten Monaten wurde sehr viel Zeit in der Pandemiebekämpfung verschwendet. Der hessische Ministerpräsident nennt das Besonnenheit. Besonnenheit heißt, viele Maßnahmen kamen viel zu spät, Herr Ministerpräsident. Und das zeigt sich doch gerade in den hessischen Alten- und Pflegeheimen, über 3.000 Tote, weil die Testpflicht viel zu spät kam. Und ich finde, darauf hinzuweisen und zu sagen, wo man die Fehler gemacht hat, das gehört in einer solchen Situation auch dazu, weil hätte das Land Hessen früher gehandelt, dann hätten ja auch Tote in den Alten- und Pflegeheimen verhindert werden können und dass nicht so viele hätten sterben müssen, meine Damen und Herren. Und Anfang März, als wir hier diskutiert haben, da war doch die dritte Welle absehbar. Und trotzdem wurden Lockerungen beschlossen. Die Ministerpräsidentenkonferenz hat sich in einem quälend mit anzusehenden Prozess selbst lahmgelegt, für komplette Verwirrung und Verunsicherung gesorgt, weil Verabredungen einfach nicht eingehalten wurden, weil vereinbarte Notbremse ignoriert wurden. Dann wurde mal hier wieder der Einzelhandel geöffnet, um dann den Kindern wieder aufs Neue zu erklären, dass ihre Schulen leider nicht öffnen können, weil die Inzidenzen, oh Wunder, gestiegen sind. Das haben wir doch in Hessen so auch gesehen, Herr Ministerpräsident. Sehenden Auges und gegen alle Warnungen von Medizin und Wissenschaft ist man in die dritte Welle gerauscht. Und dabei wurde die im letzten Jahr noch vergleichsweise gute Ausgangsposition, die es gab, die wurde verspielt. Und seit dem Herbst sind zehntausende Menschen gestorben und noch mehr schwer erkrankt. Und ich will nur daran erinnern, dass wir auch im März nach monatelangem quälendem Lockdown und all den Härten und dem Verzicht, was das für so viele Menschen bedeutet hat, wir waren im März bei Inzidenzen von 65 zum Teil. Und wo sind wir jetzt? Bei 165. Und all die Warnungen, die sind doch hier im Haus geäußert worden, die sind doch von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, von den Expertinnen und Expertinnen, die sind doch geäußert worden. In einer solchen Situation, wo das Virus natürlich nicht unter Kontrolle ist, wo die Krankenhäuser noch voll sind mit Patientinnen und Patienten, in einer solchen Situation Modellversuche und Lockerungen zu beschließen und das noch alles schön kurz vor Wahlen, die anstehen, das war verantwortungslos. Und deswegen sage ich, man ist wirklich sehendes Auge in die dritte Welle reingerauscht. Und die Leidtragenden sind die Menschen, die gesundheitlich, sozial, psychisch und wirtschaftlich unter dieser Situation besonders leiden, meine Damen und Herren. Und jetzt steigen die Infektionszahlen vielerorts wieder seit Wochen. Und an einigen Orten stagnieren sie auf hohem Niveau. Und seit dieser Quellen in Selbstmollmontage der Ministerpräsidentenrunde beim Thema Osterruhe war ja auch gefühlt überhaupt nichts mehr geschehen, um die Pandemie zu brennen. Stattdessen wurde, ich habe jetzt gesagt, über Lockerungen und Modellprojekte geredet und nicht nur geredet, sondern sie wurden auch beschlossen. Insofern ist es dringend notwendig und richtig, dass jetzt endlich Maßnahmen ergriffen werden, um Leben zu retten. Und wir haben auch immer gesagt, dass wir eine bundesgesetzliche Regelung für richtig halten, dass es notwendig ist, dass der Deutsche Bundestag beteiligt wird. Und wir haben auch gefordert, dass es bundeseinheitliche Regelungen geben muss, damit eben nach einer Ministerpräsidentenkonferenz nicht jeder doch am Ende macht, was er für richtig hält. Aber als LINKE haben wir erhebliche Zweifel und Kritik an der Ausgestaltung dieses sogenannten Bundesnotbremsegesetz. Und deshalb haben wir auch im Bundestag dagegen gestimmt. Denn das Gesetz ist dort zahnlos, wo Einschränkungen dringend nötig werden. Und das ist unverhältnismäßig beim Eingriff in Grundrechte, meine Damen und Herren. Notwendig wären endlich entschlossene Maßnahmen, die das Arbeitsleben einbeziehen. Die Kontaktbeschränkungen enden doch nach wie vor am Betriebstor, aber die Infektionen nicht. Seit Monaten fordern Wissenschaftlerinnen und Gewerkschafter ein Recht auf Homeoffice, auf verpflichtende tägliche Tests und die Einhaltung von Arbeitsschutzmaßnahmen. Und zwar verbindlich. Und nicht einfach irgendwelche Appelle an die Freiwilligkeit von Unternehmen und Arbeitgebern. Der Inzidenzwert von 100 beziehungsweise 165 an Schulen ist viel zu hoch. Und dann wartet man ja auch erst noch drei Tage ab, ob sich das Virus auch schön nachhaltig verbreitet und überall festgefressen hat, bevor man dann irgendwann mal handelt. Und das ist natürlich auch ein Konstruktionsfehler dieser Notbremse. Weil das Schließen und Öffnen über und unter dem gleichen hohen Wert zementiert doch diesen hohen Wert. Und damit droht ein Lockdown-Jojo und Infektionszahlen, die immer auf diesem viel zu hohen Niveau irgendwie schwanken. Und seit November ist jetzt Deutschland in einem solchen halbherzigen Lockdown, der psychisch belastend ist, der hohe wirtschaftliche Schäden bedeutet und die Menschen erkranken weiterhin. Nein, die Sieben-Tage-Inzidenz, aber 100 Fälle auf 100.000 Einwohner zu drücken, das ist kein angemessenes Ziel. Denn die Gesundheitsämter und die Krankenhäuser sind doch auch bei diesem Wert überlastet. Die Kontaktverfolgung kann doch gar nicht funktionieren, zumal diese 100 ja auch immer nur ein Mindestwert ist, weil natürlich viele Erkrankungen oder viele Infektionen auch gar nicht erkannt werden. Das ist die Fortsetzung einer falschen Strategie. Ein Ziel sollte doch sein, ein Inzidenzwert im niedrigen zweistelligen Bereich, weil erst mit diesem tiefen Niveau es möglich sein würde, Infektionsketten vollständig nachzuverfolgen. Und dies, meine Damen und Herren, entspricht doch einem breiten wissenschaftlichen Konsens. Das haben wir doch in den letzten Wochen und Monaten überall gehört. Eine Notbremse, die sich von selbst wieder abschaltet, wenn der Zug nur noch mit 99 Stundenkilometer auf den Abgrund zufährt, hat doch einfach ganz objektiv ein Problem. Was wir brauchen, ist eine wirksame Niedriginzidenzstrategie. Und das heißt nicht härterer Lockdown. Also dieser Lockdown ist für viele hart genug. Es geht nicht um die Vokabel härter, sondern es geht darum, konsequent, wirksam und vor allem solidarisch. Länder, die das Virus früh und entschieden bekämpft haben, sind deutlich besser durch die Pandemie gekommen, sowohl was die Zahl der Toten angeht, als auch mit geringeren wirtschaftlichen und sozialen Schäden. Und ganz ehrlich, dann doch lieber zwei oder drei Wochen weite Bereiche des öffentlichen Lebens komplett herunterfahren, als wirklich sechs Monate lang jetzt diesen halbherzigen Dauer-Lockdown mit zeitweisen Öffnungen, mit zeitweisen Schließungen. Und keiner weiß genau, wie lange das noch so weitergeht, weil wir mit dem Impfen nicht so vorankommen, wie das nötig wäre. Und deshalb sagen wir, wir brauchen einen Wechsel in der Pandemiebekämpfung. Wir müssen die Zahlen runterkriegen. Und dazu wird dieses Gesetz, das jetzt beschlossen wurde, im Bundestag leider nicht führen, meine Damen und Herren. Weiterhin wird der Fokus vorwiegend auf den privaten Raum gelenkt. Die Arbeitswelt bleibt unter dem Radar. Mit Ausgangssperren wird zudem das Signal gesendet, dass das Verlassen der Wohnung Gefahr bedeutet, wobei ja häusliche Treffen vermieden werden müssen. Was es braucht, sind zum einen eben klare Regeln für die Wirtschaft. Das heißt, ein wirksamer Arbeits- und Infektionsschutz statt wirkungsloser Appelle. Und ich finde auch, dass man den Menschen schwer erklären kann, dass sie tagsüber im Großraumbüro sitzen, in der Fertigungshalle, im Callcenter, dass sie volle Busse und Bahnen benutzen und dass das vollkommen in Ordnung ist. Aber abends ab 22 Uhr dürfen sie nicht zu zweit spazieren gehen. Das ist unverhältnismäßig. Und deswegen halten wir das auch für problematisch, meine Damen und Herren. Wir wissen doch, dass gerade Menschen aus benachteiligten Quartieren mit Kleinwohnungen und Präsenzarbeit die Intensivstationen füllen. Und ich will an der Stelle nochmal deutlich sagen, dass Bremen hat gerade heute eine Testpflicht für Unternehmen beschlossen. Es geht also auch über die Bundesnotbremse hinaus. Das wäre also möglich, Herr Ministerpräsident, das auch in Hessen zu beschließen. Wenn Bremen das kann, kann Hessen das auch. Und ich finde, eine Testpflicht, in Anführungsstrichen, die sich darauf beschränkt, dass die Unternehmen einmal pro Woche ein Angebot machen müssen. Das reicht überhaupt nicht aus. Da erwartet man von den Schulen mehr als von den Unternehmen in diesem Land. Wenn Unternehmen entscheiden, dass ihre Beschäftigten nicht ins Homeoffice können, sondern dass sie in Präsenz arbeiten müssen, dann müssen wir zumindest auf eine Testpflicht, und zwar eine tägliche Testpflicht, bestehen und auf Arbeitsschutzmaßnahmen und die Bereitstellung von FFP2-Masken. Laut einer Studie des Robert-Koch-Instituts gibt es einen Zusammenhang zwischen dem sozialen Status und der Wahrscheinlichkeit, an COVID-19 zu erkranken oder daran zu sterben. In der zweiten Welle der Corona-Pandemie in Deutschland ist die Zahl der Todesfälle in finanziell schwachen Regionen des Landes am stärksten gestiegen. Das Sterberisiko durch Corona ist dort um 50 bis 70 % höher gewesen als in wohlhabenden Regionen. Und auch das Risiko, sich zu infizieren, ist ungleich verteilt. Der Sozialverband VdK und der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband haben bereits gefordert, ärmere Menschen besser vor dem Virus zu schützen. Empfängerinnen und Empfänger von Sozialleistungen sollen in der Pandemie zusätzliche 100 € monatlich bekommen, z.B. für FFP2-Masken oder eben für Desinfektionsmittel und anderes. Und die Sozialverbände fordern, dass die Politik Unternehmen zu Corona-Tests verpflichten muss, wenn bei der Arbeit Kontakt nicht vermieden und Abstände nicht eingehalten werden können. Weil das sind doch gerade die Berufe mit den niedrigen Löhnen an den Supermarktkassen, in der Pflege, in den Schlachthöfen, in den Großküchen, den Fabriken und der Lebensmittelverarbeitung. Das sind doch gerade die Menschen, die nicht ins Homeoffice wechseln können, die sich viel weniger schützen können. Und Solidarität mit diesen Menschen heißt doch, dass man sie bestmöglich schützen muss vor Krankheit, vor Ansteckung. Zumal wir wissen, dass die Menschen, die eher einkommensschwach sind, auch oftmals gesundheitlich stärker vorbelastet sind, vielleicht schon Vorerkrankungen haben. Und deshalb ist es eben nicht so, dass vor dem Virus alle gleich sind, sondern dass die sozialen Unterschiede auch in dieser Pandemie deutlich zutage treten. Und besonders betroffen sind Menschen, die in Berufen arbeiten, in denen sie sich kaum schützen können und die so beengt leben, dass sie dauernd einem Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind, meine Damen und Herren. Viele Supermärkte weigern sich, ihre Beschäftigten mit kostenfreien FFP2-Masken auszustatten. Und bei Amazon, einer der größten Krisengewinner, das muss man sich mal vorstellen, ist die Nutzung von FFP2-Masken sogar untersagt, damit die Beschäftigten nicht häufiger Maskenpausen machen müssen. Was ist denn das? Das kann doch nicht wahr sein, dass im Privatleben von Menschen eingegriffen wird und Ausgangssperren verhängt werden, aber ein Unternehmen wie Amazon nicht dazu verpflichtet wird, seine Beschäftigten mit FFP2-Masken auszustatten, sondern dass stattdessen auch noch die Nutzung zu verbieten. Das geht nicht und das muss durchgesetzt werden, damit die Pandemie wirksam bekämpft wird und auch damit die Maßnahmen gesellschaftlich akzeptiert sind, meine Damen und Herren. Ich will nur erwähnen, dass über Ostern die Zahlen runtergingen und auch über Weihnachten. Und das zeigt doch, nach einem Jahr oder unterschiedlich starken Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich sind diese Kontakte offensichtlich nicht der allergrößte Infektionstreiber. Weil was machen denn die Menschen nicht an Feiertagen? Sie pendeln nicht und sie gehen nicht arbeiten. Das heißt also, wenn man dort ansetzt, dann zeigt das, dass wenn man ins Erwerbsleben eingreift, hier Infektionen vermieden werden können. Und apropos beengter Wohnraum, ich will an der Stelle auch darauf hinweisen, dass natürlich die Geflüchteten ganz besonders betroffen sind in dieser Pandemiesituation. Mir hat eine Pädagogin erzählt von einer Schülerin, die lebt mit ihrer siebenköpfigen Familie in einem Zimmer. In einem Zimmer mit sieben Menschen. Und da lebt sie seit zwei Jahren in dieser Sammelunterkunft. Seit zwei Jahren, seit einem Jahr in der Pandemie. Aktuell ist sie übrigens gerade mit ihrer ganzen Familie und ihrer ganzen Sammelunterkunft in Quarantäne. Und Hessen hat besonders viel auf Sammelunterkünfte gesetzt. Und seit, ja, seit vielen Jahren, aber vor allem auch seit einem Jahr Pandemie weisen wir darauf hin, dass diese Sammelunterkünfte aufgelöst werden müssen. Weil wir haben immer wieder Ausbrüche gehabt, Infektionsausbrüche gehabt in den Sammelunterkünften, was dazu führte, dass teilweise Hunderte von Menschen in Quarantäne waren, unter engsten wohnlichen Bedingungen. Und deswegen an dieser Stelle nochmal, Herr Ministerpräsident, lösen Sie endlich diese Sammelunterkünfte auf. Es gibt leerstehende Ferienwohnungen und Hotels. Und es gibt Jugendherbergen. Es gibt Möglichkeiten, dass nicht sieben Menschen, das ist ohne Pandemie schon vollkommen zumutbar, da brauchen wir so etwas wie Homeschooling mal gar nicht zu reden. Es ist ohne Pandemie unzumutbar. Aber in Zeiten einer Pandemie können wir Menschen nicht zumuten, mit fünf, sechs, sieben, acht Menschen in einem Zimmer zu wohnen. Lösen Sie diese Sammelunterkünfte auf und bringen Sie die Menschen endlich dezentral unter, meine Damen und Herren. Die Bundesnotbremse ist beschlossen. Und die hessische Landesregierung, ja, die war wieder mal völlig überrascht darüber, dass da ein Bundesgesetz kommt und dass das etwa neue Regeln für Schulen und Kitas mit sich bringen. Es ist ja nun nicht so, dass diese Bundesnotbremse jetzt von aus heiterem Himmel gefallen ist, sondern der Gesetzentwurf aus dem Bundestag datiert auf den 13. April. Das ist jetzt immerhin auch zwei Wochen her. Die Details wurden in den letzten 14 Tagen ja umfangreich auch öffentlich diskutiert. Dass der Bundesrat noch den Vermittlungsausschuss anruft und das Gesetz verzögert, war absehbar sehr unwahrscheinlich. Kurz, man hätte, Herr Ministerpräsident, schon vor Freitagnachmittag mit dem wahrscheinlichen Ausgang dieses Gesetzgebungsverfahren planen können. Man hätte Schulen und Kitaträger die Umsetzung für den Fall, dass in Kraft treten, dieses Gesetz auch schon Tage vorher mitteilen können. Es war überhaupt nicht notwendig, bis Freitagnachmittag zu warten, um diese Entscheidung zu kommunizieren. Haben sie aber natürlich wieder gemacht, weil Schulen ja permanent überrumpelt werden von jetzt machen wir Wechselunterricht, jetzt machen wir es doch nicht, jetzt öffnen wir, jetzt machen wir es doch nicht. Und dann sind auch noch Städte wie Frankfurt völlig überrascht, offensichtlich. Und innerhalb von einem Wochenende ändern sie dreimal die Ansagen. Und was einfach zu einer völligen Verwirrung und Verunsicherung, der sowieso schon strapazierten Familien sorgt, wo Schülerinnen und Schüler nicht wissen, gehe ich am Montag in die Schule oder nicht, und Eltern nicht wissen, ob sie montags eine Betreuung haben oder nicht. Wie kann man denn ein solches Chaos produzieren, Herr Ministerpräsident? Es ist doch nicht so, dass Sie an den ganzen Verfahren nicht irgendwie auch beteiligt gewesen wären, auch wenn Sie es jetzt ein bisschen von sich wegschieben. Wie kann man denn da zwei Wochen lang zuschauen und dann Freitagnachmittag ein solches Chaos an den Schulen anrichten? Ich verstehe das einfach nicht, wie so etwas passieren kann. Weil das hat doch für die Eltern bedeutet, dass sie wenige Tage Zeit hatten, um alternative Betreuung zu organisieren, um bei den Arbeitgebern Bescheidigungen für die Notbetreuung einzuholen und sich für unbestimmte Zeit ihre Tage freizuräumen, um ihre Kinder zu Hause zu betreuen und zu beschulen. Es sind wieder die Familien, es sind wieder die Kinder, die Schülerinnen und Schüler und die Eltern, die wieder ausbaden, was an anderer Stelle versäumt wurde, dass nicht früher und konsequenter reagiert wurde, um die Infektionszahlen zu senken, dass jede Gummitierproduktion in diesem Land unreguliert weiterarbeitet, aber Bildungseinrichtungen geschlossen werden. Viele Schülerinnen und Schüler haben ihre Schule seit Dezember nicht mehr von innen gesehen, aber Supermärkte weigern sich, ihren Beschäftigten FFP2-Masken zur Verfügung zu stellen. Das zeigt doch, wie ungleichgewichtig, wie unverhältnismäßig die Maßnahmen in dieser Pandemie sind. Und natürlich ist es besonders schwierig für die Schüler, die es sowieso schon schwer haben in diesem Schulsystem, das eher aus sozialer Auslese setzt, als darauf Unterschiede zu kompensieren. Die haben es doch eh schon schwierig genug. Und die haben jetzt natürlich noch größere Probleme, weil sie völlig abgehängt werden. Der Schwellenwert von 165 bei den Schulen ist viel zu hoch. Die Kinder müssen doch geschützt werden. Die Eltern müssen geschützt werden. Ja, es ist ja richtig, testen ist ja richtig und gut. Aber wir wissen noch, dass die Tests auch zu ungenau sind, dass man wirklich jetzt große Lockerungen und große Öffnungen darauf aufbauen kann. Und es wird ja auch verpflichtet, ein 72-Stunden-Alter-Test ist notwendig. Ein Test, der älter als 6, 8 oder 10 Stunden ist, hat überhaupt keine Aussagekraft mehr. Und natürlich setzen wir damit den Familien auch ein großes Risiko aus. Und Sie haben heute, Herr Ministerpräsident, wieder von den Abschlussklassen gesprochen. Bei aller Berechtigten sorge darum, dass der Generation Corona keine Nachteile entstehen sollen. Bildung und Lernen sind wichtiger als Prüfungen. Und deshalb finde ich, ist es schon zu überlegen, in diesem Schuljahr weitgehend auf Klassenarbeiten und vor allem auf Sitzenbleiben zu verzichten. Damit könnte man sehr schnell zumindest dahingehend Druck von den Schülerinnen und Schülern und ihren Familien nehmen. Und dabei denke ich eben wirklich vor allem an die Schülerinnen und Schüler, die sowieso mit Benachteiligungen zu kämpfen haben, die kein eigenes Zimmer haben, in dem sie ungestört lernen können oder Homeschooling machen können, die kein schnelles WLAN haben, die keine Eltern haben, die ihnen helfen können, weil sie zum Beispiel den ganzen Tag arbeiten gehen. Und ich denke an Schulen, die auch nach einem Jahr Pandemie nicht so ausgerüstet sind, wie sie es sein müssten. Und auch dafür trägt diese Landesregierung natürlich die Verantwortung. Und deshalb, diese Schülerinnen und Schüler dürfen nicht abgehängt werden. Nun gibt es ein ganz wichtiges Mittel gegen diese Pandemie, und das ist das Impfen. Und nun ist es so, dass die Erstimpfungen gerade in Hessen weiterhin zu langsam laufen. Hessen ist seit geraumer Zeit die Schlusslicht bei den Erstimpfungen. Alle anderen Bundesländer liegen mindestens ein bis zu fünf Prozent vor Hessen. Und das kann man auch nicht alleine mit der höheren Zahl an Zweitimpfungen erklären, weil da liegt ja Hessen auch nur im Mittelfeld und jetzt auch nicht gerade an der Spitze. Und deswegen finde ich, an der Stelle muss man auch die Fehler einräumen. Das Impfen in Hessen, da ist vieles schiefgegangen, gerade auch bei den Menschen, die nicht in Pflegeeinrichtungen sind, aber eben nicht so mobil sind, dass sie noch ins Impfzentrum gehen können. Viele Menschen, die zu Hause gepflegt werden, wo das Verfahren viel zu kompliziert war und viele Menschen in den Hotlines und auf den Internetseiten anfangs verzweifelt sind, meine Damen und Herren. Und auch die Gesundheitsämter müssen endlich gut ausgestattet werden, weil die verstärkten Testungen machen natürlich viel mehr Sinn, wenn es eine Sicherung, Verfolgung der Kontakte und Infektionswege gibt. Und solange das nicht möglich ist, können wir auch nicht davon reden, dass wir die Pandemie unter Kontrolle hätten. Und manchmal sind es ja auch einfach diese ganz einfachen Dinge, die einfach nicht funktionieren. Die Übernahme der Taxikosten zum Impfen zum Beispiel läuft in Hessen überhaupt nicht gut. Es sind bisher gerade mal 300 Anträge eingereicht worden, auch weil Hessen die Bestimmungen extrem eng gefasst hat und sage und schreibe acht Anhänge bei einem solchen Antrag erwartet. Und selbst von diesen wenigen Anträgen sind da noch einige abgelehnt worden. Und da frage ich mich, wer denkt sich denn so etwas aus? Ja, Herr Innenminister, wer denkt sich denn so etwas aus? Ich sage Ihnen mal, wie die das in Berlin gemacht haben. In Berlin, da haben alle Menschen, die zur Prioritätengruppe 1 beim Impfen gehört haben, die haben mit der Terminzusendung automatisch zwei Taxigutscheine für den Weg zum Impfzentrum erhalten. Ist für die Leute gut, ist auch übrigens für das Taxigewerbe ganz gut, das gerade auch Probleme hat. Warum machen Sie das nicht? Warum haben Sie das in Hessen nicht gemacht? Warum haben Sie diesen komplizierten Weg gewählt, dass die Menschen faktisch überhaupt keine Taxikostenübernahme beantragen? Darauf haben Sie doch gesetzt. Man macht es so kompliziert, dass die Leute es doch am Ende selber bezahlen. Und was heißt denn hier Flächenland? Also, wenn sich Berlin das leisten kann, dann glaube ich, dass das reiche Hessen, das ein paar mehr Steuereinnahmen hat, kann sich das... Ja, Herr Innenminister, wir sind ein Flächenland, das ist schon richtig. Wir sind ein sehr reiches Flächenland. Und ich bin mir ganz sicher, in dem 12 Milliarden Sondervermögen zu Corona hätten Sie noch ein paar Euro gefunden, um die Taxigutscheine zu bezahlen, meine Damen und Herren. Wir müssen das Impfen beschleunigen, und wir müssen es weltweit beschleunigen, weil die dramatischen Entwicklungen, die Bilder, die wir gerade sehen aus Indien, die zeigen doch, dass wir diese Pandemie nur weltweit bekämpfen können. Impfstoffe müssen globales Gemeingut werden. Die Pandemie kann nicht in einzelnen Ländern oder Kontinenten bekämpft werden, nur global. Und deshalb müssen alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, ärmeren Ländern den Zugang zu Impfstoffen zu ermöglichen. Es ist nicht hinnehmbar, dass staatliche Impfstrategien abhängig sind von Profitinteressen und Kapazitäten privater Pharma. Unternehmen. Und mittlerweile hat ja auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gesagt, man hat sich zu wenig um die Impfstoffproduktion gekümmert. Wir als LINKE fordern die Freigabe von Patenten, um die Produktion von Impfstoff zu erhöhen. Das brauchen wir. Und ich halte das auch für notwendig und richtig. Weil diese Impfstoffe sind auch entwickelt worden, weil sie mit Milliarden aus öffentlichen Geldern gefördert wurden. Und die Grundlagenforschung für all das hat an öffentlich finanzierten Hochschulen stattgefunden. Und ich finde, deshalb ist die Bekämpfung einer globalen Pandemie muss Vorrang haben vor den Interessen einzelner Konzerne. Und deswegen sagen wir, Freigabe der Lizenzen, das Impfen muss weltweit organisiert werden, auch wenn für die ärmeren Staaten, weil sonst gibt es irgendwann Mutanten, die sich weltweit verbreiten. Und wir können mit alledem wieder von vorne anfangen, meine Damen und Herren. Und dann gibt es noch eine Menge große und kleine Möglichkeiten, an kritischen Stellen die Situation zu verbessern. In Hanau etwa werden die Stadtbusse mit antiviralen Luftreinigern auf Basis von UV-Licht ausgestattet. Das kann an der kritischen Stellschraube ÖPNV mit wenig Aufwand einige Infektionen verhindern. Das halten wir für eine gute Idee. Deswegen haben wir auch einen Antrag dazu geschrieben. Das könnte man in den öffentlichen Verkehrsmitteln auch anderswo in Hessen umsetzen. Auch das wäre ja was, wo im Sondervermögen des Landes sicher noch das eine oder andere Euro zu finden ist. Und das ist ja auch nach der Pandemie eine durchaus sinnvolle Investition, denn bessere Hygienebedingungen im ÖPNV machen ihn attraktiver, auch in der normalen Grippe- und Erkältungssaison, meine Damen und Herren. Deshalb haben wir diesen Antrag eingebracht und halten es für notwendig, eben auch gerade am ÖPNV hier anzusetzen. Wir brauchen ein Sofortprogramm für Gesundheitsschutz und Bildungsgerechtigkeit, für mehr Personal und bessere Ausstattung in Kitas und Schulen. Das brauchen wir, weil Covid-19 ist noch längst nicht besiegt. Die dritte Welle ist noch nicht niedergerungen. Die Mutanten bedrohen den Impferfolg. In dieser Situation ist doch das Wichtigste, was wir brauchen, Solidarität mit allen denen, die gesundheitlich, sozial und wirtschaftlich besonders betroffen sind von der Pandemie. Und deswegen heißt es, wir dürfen die nicht vergessen, die gerade sozial und ökonomisch an ihre Grenzen kommen. Wir dürfen keine Insolvenzwelle bekommen, damit Menschen nicht ihre Arbeit verlieren, damit wir auch nach der Krise noch Gaststätten haben, kleine Unternehmen, Kultureinrichtungen, damit es das kleine Theater noch gibt oder eben das Programmkino, die Musikschule oder die Eckkneipe. Da stellt sich die Frage, wie sieht diese Gesellschaft nach der Pandemie aus? Und all das ist eben auch eine Frage von Systemrelevanz, weil das macht die Lebensqualität in unseren Städten, in unseren Dörfern auch aus, meine Damen und Herren. Vergessen wir nicht die Menschen, die in Kurzarbeit sind, die ihren Job verloren haben, die von sehr viel weniger Geld jetzt leben müssen und auf ihre Sparnisse, wenn sie überhaupt welche haben, zurückgreifen müssen, die seit Monaten im Homeschooling sitzen, die um ihren Job bangen oder auch die Selbstständigen, die zum Teil seit Monaten auf längst zugesagte Hilfen warten müssen. Nötig ist jetzt die Absicherung der Betroffenen. Nötig ist die Ausweitung und die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes, der Grundsicherung. Freischaffende und Selbstständige brauchen ein schnelles Überbrückungsgeld, welches nicht nur Betriebskosten, sondern auch die Lebenshaltungskosten bezuschusst. Wenn Kitas und Schulen geschlossen werden, müssen Eltern für den gesamten Zeitraum ein auf 90 Prozent erhöhtes Corona-Kinderkrankengeld erhalten und die Unternehmen müssen auch hier in die Pflicht genommen werden. Wenn staatliche Hilfen in Anspruch genommen werden und wir haben ja auch hier in Hessen ein paar Beispiele, wo das der Fall war, dann fordern wir eine Arbeitsplatzgarantie und Tariftreue. Was nicht geht, ist, dass Unternehmen, die staatliche Hilfe teilweise in Milliardenhöhe kassieren, dass sie Dividenden ausschütten, dass sie Boni bezahlen und dass sie keine Obergrenzen für Managergehälter haben, weil es kann doch nicht sein, dass öffentliche Gelder am Ende einfach nur direkt zu Aktionären, zu Vorständen fließen, die daran gut verdienen, meine Damen und Herren. Und ja, wir wollen, dass die Lasten in dieser Krise fair verteilt werden. Und auch hier könnte das Bundesland Hessen aktiv werden. Es ist ja nicht so, dass alle in dieser Krise ärmer werden. Es gibt ja auch ein paar, die ganz gut verdienen und in dieser Krise reicher werden. Und die Lasten sind zutiefst ungerecht verteilt. Wir brauchen eine soziale Absicherung für die einen und wir brauchen eine Vermögensabgabe für die anderen, nämlich für die reichsten 0,7 % in diesem Land, damit die Schere zwischen Arm und Reich nicht immer weiter auseinander geht in dieser Krise, weil wir das Geld brauchten. Die Frage ist ja, wer sonst zum Beispiel die bessere Ausstattung des Gesundheitssystems bezahlen soll. Aber auch, wenn es demokratiegefährdend wird, wenn die Intensivkrankenschwester nach 40 Jahren Arbeit Angst haben muss vor Altersarmut, während andere Milliardenvermögen angehäuft haben. Das gefährdet auch die Demokratie. Und deswegen ist hier Umverteilung dringend notwendig. Meine Damen und Herren, wir haben Zeit verloren in den Wochen, in denen wir nicht zielgenauer die Pandemie bekämpft, sondern Lockerungen beschlossen haben. Auch in Hessen ging es ja um die Modellversuche in drei Gemeinden, von denen sich eine gar nicht beworben hatte, sondern irgendwie, keine Ahnung, per Losverfahren daran kam. Diese drei Modellversuche haben ja nur zwei überhaupt begonnen, wurden ja relativ schnell dann wieder beendet, aufgrund des Pandemiegeschehens. Das hat überhaupt keinem was geholfen. Es hat vielleicht ein paar Tage abgelenkt, aber geholfen hat das niemandem. Dieses ewige Hin und Her, das ermüdet und das verunsichert die Menschen doch. Und statt den Menschen Sand in die Augen zu streuen, sollte die Landesregierung auf die Wissenschaft vertrauen, vorausschauend planen, weil ansonsten droht doch, dass dieser Dauerlockdown sich weiter fortsetzt und eben auch den Sommer gefährdet. Und wir wissen in den Sommermonaten, es ist länger hell, es ist abends warm, die Leute wollen rausgehen. Und deswegen ist es dringend notwendig, die Zahlen jetzt runterzukriegen. Und wenn wir die Infektionen solidarisch und entschlossen bekämpfen, statt Maßnahmen zu ergreifen, die die Zahlen auf hohem Niveau zementieren, dann ist es eben auch möglich, die Zahlen runterzukriegen. Wir brauchen einen solidarischen Lockdown, der wirkungsvoll ist, der das Arbeitsleben mit erfasst. Wir müssen die Impfkampagne weiter beschleunigen. Und dann gibt es eine echte Chance, dass dieser halbherzige und ausgewogene Dauerlockdown absehbar ein Ende findet. Und vor allem das Menschenleben und dass die Gesundheit von Menschen gerettet wird. Vielen Dank.